Okay, New York, Big Apple in Flammen haben wir noch. Yay. Video-Time. Nach all den Kämpfen, die Sie unter Lebensgefahr gewonnen haben, wie konnte er das nur tun? Wir glauben, er war für das Verschwinden Dr. Selinskis verantwortlich. Auch den Anschlag auf sich hat er akribisch inszeniert und er beschuldigte General Krukow. Seien Sie bereit. Das Schicksal der Sowjetunion liegt nun in Ihren Händen, Kommandant. Die Alliierten erholen sich noch von den Geschehnissen auf den Osterinseln. Die letzten von ihnen sind bereits in den Vereinigten Staaten. Ihr Präsident, der die Welt auf uns gehetzt hat, verteidigt jetzt ganz allein sein geliebtes, schönes New York. Wir müssen den Kampf zu Ihnen tragen, Genosse. Brennen wir diese Bastion des Kapitalismus bis auf die Grundmauern nieder. Wir müssen dem Kapitalismus ein Ende setzen und New York City befreien. Aber seien Sie vorsichtig, General. Der Feind kann Truppen in Sekunden verlegen mit seiner Chronosphären-Technologie. Die Truppen hier sind höchst motiviert, weil nun endlich der Tag der Abrechnung naht. Die Entscheidungsschlacht naht, Kommandant. Unsere Ziele sind die alliierte Festung in New York City und die Freiheitsstatue. Immer erst warten, bis ich auf schwer gestellt habe. Die Alliierten erwarten und werfen alles in die Schlacht, was sie haben. Rücken Sie also sehr vorsichtig vor. Die Alliierten sind in Alarmbereitschaft. Aber wir haben ein paar Terror-Drohnen abgesetzt, die in der Stadt für Angst und Schrecken sorgen werden. Stören Sie das Alliierte vor, dass unsere Invasionstruppen einfliegen können. Ungesehen. Neues Einsatz zu erhalten. Terror-Drohnen, die mag ich überhaupt nicht. Eine Einheit wird angegeltend. Unser Verbündeter wird angegeltend. Okay, so. Du darfst da von der anderen Seite herankommen, okay. Eine Einheit wird angegriffen. Ich glaube, ich bin mit meinem Teil fertig. Eine Einheit wird angegriffen. Oh, ich dachte, die ist aufgeschaltet, jetzt die Einheit. Eine Einheit wird angegriffen. Ich habe auf meiner Seite das gestört. Du musst den Prospector bei denen noch kaputt machen. Ich habe den schon wieder neu gebaut. Wir haben bei mir auch einen neu gebaut. Ja, genau. Da kommt noch ein Guardian auf die Tür. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der Erzabbau in Fort Bradley wurde gestoppt. Sie sind entschieden zu weit gegangen. Doch diesmal werden wir für Sie bereit sein. Kommt schon. Ihre Invasionstruppen sind unterwegs. Bleiben Sie auf Empfang. Ihre Invasionstruppen sind eingetroffen. New York wird vermutlich bald in Kommando Gratum benannt. Okay, wir haben ein paar Kirovs, Tesla-Panzer und ein paar Twinblades. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Habe ich jemanden übersehen? So, Kirovs nach vorne. Tesla-Panzer. Sammeln wir mal da hinten. Halt, wie weit schießt das denn? Auf zur Erleuchtung. Zeit für einen Stromstoß. Ich bringe die Stromrechnung. Zeit für einen Stromstoß. Unterwegs. Die Luft schnistert vor Energie. Kein Widerstand. Er ist gerade sich gut. So, dann hat meine Katze auch mal was gesagt. In the stream. Okay. Na, fängst du nicht. Welch? Warum sind diese Unfrau in Klisch? Wir sehren uns dort. Ein neuer Kurs. Ah, das macht Spaß. Vernichte sie. Sie verdienen keine Gnade. Ah, da sind sie. Alle Waffen bereit machen. Ah, der Klapp der Zerstörung. Riecht ihr das? Finblade. Treibt sie auf. Ich bin heute spektabel. Warum sollten wir überhaupt den Erzabbaum spotten? Keine Ahnung. Gibt es unterwegs, Freunde? Wir warten dort. Wer ist noch übrig? Ja. Der Klang der Zerstörung. Meine Einheit wird angegriffen. Mal langsam. Bald. Wir sächern uns dort. Wir warten dort. Ja, liegt nicht auf den Augen. Einsatzziel erreicht. Naja, liegt nicht auf den Augen. Also man kann eigentlich... Wieso sie klein ist? Es reicht. Ich werde die Alarmstufe erhöhen. Einhörn lichtet sie. Reibt sie auf. Tü. Oh, ich habe schon mehr Verbindungsabbruch. Oh Mann, wie ich das liebe. Äh, okay. Das ist cool. Wie in alten Zeiten, ihr roten Spinner. Da ist noch etwas, wovon wir die Alliierten noch schnell erlösen sollten. Ihr holles Symbol der Freiheit. Zerstören Sie die Freiheitsstatue, dann bauen wir unser eigenes Monument. Dann wird es offensichtlich, die kommunistische Revolution ist zur führenden Macht geworden. Wir müssen jetzt mal schauen, ob das noch geht mit dem Weiterspielen und so. Oder ob es die Verbindung komplett rausgehauen hat. Neues Einsatzziel erhalten. Bist du noch da? Was? Bist du noch da? 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 Ja, ja. Bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier noch funktioniert. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wachen Sie Reine besammelt. Habe ich jemanden übersehen? Ein neuer Kurs! Wir sind der Wille der Sowjetunion. Fliegen wir los! Feindliche Einheiten entdeckt. Sie hat meine Kapitänkruppen abgebaut? Die müsste nicht drauf sein. Dann los! Äh! Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit verloren. Da kommt auf einmal mit so viel Luftabwehr dahinten an. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Ich brauche hier eine Menge Infanterieabwehr dahinten. Wird gebaut. Wird gebaut. Ich brauche eine Marineabwehr. Was haben wir denn vom letzten Mal noch? Machen wir einen Besuch. Ne, ich denke es mir einfach nicht mehr. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Neues Bonusziel erhalten. Feindliches Kommando geortet. Wird gebaut. Wird gebaut. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Alarm. Alliierte Fallschirmjäger. Wird gebaut. Wird gebaut. Ausbildung. Trooper einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Trooper einsatzbereit. Ganz ihrer Meinung. Nein, 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 nein. Was? Trooper einsatzbereit. Was ist bei dir? Oh. Ach, deine Kirov. Ja, die beinahe über meinen Labor explodiert wäre. Äh, über meinen Abschlusskackwerk. Trooper einsatzbereit. Okay. Wird gebaut. Schilder aktiviert. Schilder aktiviert. Schilder aktiviert. Ach, das ist doch nicht so spannend. Trooper einsatzbereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Neues Bonusziel erhalten. Bau abgeschlossen. Fesselanzug bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Alarm. Alliierte Fallschirmjäger. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Der hat jetzt auch bei einer noch runtergeschossen. Unzureichende Mittel. Der hat da mehrere Jäger drauf angesetzt. Bau abgeschlossen. Hauptquartier unterbrochen. Dadurch, dass er meine Kirov gefokust hat, hat mein Jäger jetzt einen Sternrang. Der versucht sich auch immer und dann noch zu den Rang. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Kirov, 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 mach du mal Stopp hier. Du machst mir gar nichts, bis ich dir nichts anderes sage, sonst bringst du mir doch die eigene Basis zusammen. Das war eine erfolgreiche Ausbeute mit dem Satelliten. Präpariert. Wird gebaut. Okay, du bau mal durch den Händen. Unterbrochen. Was für zum Bauen? Wird gebaut. Beide Superwaffen. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Das ist nach dem Motto, wenn man sie schon bauen können. Vesübelkommeld ist bereit für Erkundungsflug. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Unterbrochen. Eine Einheit wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Hat er noch keine Marine? Keine Ahnung, früher oder später wird er eine haben. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Repariert. Feindliche Einheiten entdeckt. Jetzt sprach ich wieder ein bisschen. Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Wohl. Das bringt Sparen. Nur noch die... Der hat schon eine Marine. Der schwimmt lang seit damit durch die Gegend hier. Eine Einheit wird angegriffen. Wie machen wir das mit den Zusatzzielen und den zusätzlichen... Äh... Wie meinst du denn genau? Bonus-Ziel plus zusätzliche, äh, Erzlochen-Arenen. Achso... Bau abgeschlossen. Ich hätte gesagt, jeder zwei und die New Yorker Börse mal schauen. Unzureichende Mittel. Ach sowieso. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Darfst du das? Unterbrochen. Repariert. Wie geht das hin? Wie geht das hin? Wie geht das hin? Mit der Verteidigung. Ähm... Je nachdem wie meine Sachen jetzt gleich fertig werden. Ansonsten schicke ich meine 4 auf das hin. Reinchen zur Stützpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Sehr wohl. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Bau abgeschlossen. Ich denke aber was noch, äh... Schau doch. Einen hab ich noch. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unterbrochen. Bald. Unzureichende Mittel. Wunderbar. Wird gebaut. 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 Das ist süß. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Ich habe gerade uns eigenes Bein geschossen. Okay. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Tanja kommt. Hauptquartier. Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Eine Einheit wird angegriffen. Supermagnetischer Satellit bereit. Errichten Sie in der Nähe der Fort Bradley Erzminen eine Basis für zusätzliche Ressourcen. Orbitalschauer bereit. Unsere Twinblades können Infanterie und Fahrzeuge über den Fluss transportieren. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. An der Schriftpunkt wird angegriffen. Seh den ich nicht. Beortet. Unterbrochen. Bau abgeschlossen. Bereit für den Flug und Flug. Erstmal Anzug. Bereit ist den Bauern. Danke. Heiserner Vorhang bereit. Ich habe hier noch verrückt. Das kann nicht sein. Ich... Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Kein Geschehen. Ich habe das Flugverlust. Unser Verbündeter wird angegriffen. Windblade Inspektion abgeschlossen. Unterbrochen. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Falls du mit deinen U-Booten mal einen Vorhang brauchst. Ich hätte einen. Beschäftigt. Wer will Ärger mit mir? Welche Einheit? Lol. Ich habe da noch einen Panzer. Kannst du mit denen die ganze Luft aufhören? Mit wem? Mit wem? Umstufe noch mal erfüllen. Ziehen Sie sich jetzt warm an. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja ich mach die Versuch. Chronosphärenanomalien geachtet. Oh oh. Chronosphärenanomalien sind nicht gut. Unterbrochen. Sind an Alarmbereitschaft. Da. Reib sie auf. Denn da. Feuer. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Unzureichende Mittel. Repariert. Guck dass die Teslaspule das regelt. Guck dass die Teslaspule das regelt.